unser testball profi 3 lcd einer der meistverkauften spannungsprüfer weltweit das ganze nicht ohne grund wir haben eine patentierte einhandbedienung im bereich schuhgosteckdosen wie sie sehen auch mit dicke messspitzen hat einfach zum vorteil dass ich direkt auch in der kindes in eine kindersicherung einstecken kann einen sicheren halt und einen sicheren messwert habe wie sehen kann ich das gerät loslassen ich wackele sogar ein bisschen es rutscht nicht direkt raus ich habe jetzt hier unten an dem zweiten bedienteil ein gummi ich drehe das einfach um 90 grad und habe dann den vorteil dass ich dann hier oben die spitzen etwas gespreizt habe und direkt mein kraftsteckdosenmaß ce habe hier brauche ich jetzt diesen deckel nicht mehr mit der nase aufzuhalten sondern ich habe eine handfrei dafür einfach einstecken l1 gegen n l2 gegen n l3 gegen n einmal die spitzen ein bisschen oben zusammendrücken wie auch pe gegen l1 die messspitzen sind in diesem fall abschraubbar hat den großen vorteil dass ich auch in bago klemmen komme ein messspitzenhalter haben wir noch mal in dem deckel mit integriert so bekomme ich sie nicht verloren ich kann ich einfach hier in der seite weg stecken das gerät hat die möglichkeit einer durchgangsprüfung widerstandsmessung frequenz messung eine auto power off funktion das gerät geht auch automatisch an sowie eine automatische display beleuchtung ich habe die möglichkeit noch mal zusätzlich eine messstelle zu beleuchten auch vor allem mit einer weißen led so bleiben alle leitungen in der farbe wie sie wirklich sind das gerät ist kat 4 zugelassen hat eine fi auslösung mit 30 milliampere über zwei tasten tüv gs abgenommen ein messbereich von 3 bis 1000 volt wechselspannung und bis 1400 volt gleichspannung wir haben das gleiche noch mal in einer etwas einfachen led variante der einzige unterschied ist dass es eben keine widerstände messen kann und keine frequenz messung und es zeigt den messbereich über eine led anzeige an unsere test bei profi 3 reihe ist mit ihrer cat 4000 volt zulassung für alle einsatzbereiche geeignet